Morb-Wolf-Make-up ist ja mega im Trend und wir schminken jetzt zusammen ein Morb-Wolf-Make-up, während ich euch ein paar Fakten zu Morb-Wolfs erzähle. Morb-Wolfs haben eine lange Geschichte, die bis zu den 1920ern bzw. 1930er Jahren zurückführt. Als sich die Mafia in den USA entwickelte, waren die Frauen der Mafiosis ein sehr wichtiger Teil des Geschehens. Sie waren auf gar keinen Fall nur stille Beobachterin. Sie waren strategische Mitspielerin in den kriminellen Machenschaften ihrer Männer. Sie waren somit nicht nur Ehefrauen, sondern sie waren vielmehr Vertraute und Geschäftspartner ihrer Ehemänner. Sie waren auch diejenigen, die die ganze Familie zusammenhielten, während ihre Männer in den Untergrund gingen. Sie kannten nicht nur alle Geheimnisse, sondern waren auch um jeden Preis loyal. Heutzutage und vor allem momentan haben Morb-Wolfs immer noch diesen mystischen, aber starken Ruf. Von Filmen über Fernsehserien bis hin zu Büchern sind Morb-Wolfs immer noch unglaublich beliebt. Sie verkörpern stärke Loyalität und das gewisse Etwas. Ein Morb-Wolf-Make-up muss somit mysteriös und stark wirken. Beim Styling einer Morb-Wolf geht es um Eleganz mit einem Hauch von Gefahr. Dazu passen dunkle Lippen natürlich perfekt, aber immer bedenken, ein Hauch von Geheimnis ist ganz wichtig, denn eine Morb-Wolf offenbart nie zu viel.